Ab geht's nach Singapur. Okay, das wird ein krasses Rennen, glaube ich. Überholen ist schwierig. Ich bin immer auf die alte Beleuchtungs-Engine gespannt. Also sieht nicht viel schlechter aus als F1 2017 oder 2018 tatsächlich, die Beleuchtung. Ich glaube, in 2019 wurde sie dann deutlich besser. Auf geht's. Starte den Motor und dann raus mit dem Auto. Wie schnell sind wir in Brasil... äh, ich habe nur Brasilianer im Dings gelesen im Chat. Wie schnell sind wir in Singapur? Können wir das Trennen gewinnen? Das wäre auf jeden Fall krass. Ja, da ist die alte Schikane drin. Die gefiel mir auch sehr viel mehr tatsächlich. Mal gucken, ob sie mir immer noch besser gefällt, wenn ich sie jetzt wieder fahre und in Erinnerung rufe. Einfach genialer Start. Einfach trotzdem langsamer. Sieg die 16. Gut gemacht. Saugres Überholmanöver. Soll rückwärtsgang erst mal eingelegt. Genau die Rechtskurve hier mochte ich deutlich mehr, als sie noch so war. Die hat viel mehr Charakter, diese Schikane. Wo ist Webber eigentlich? Keine Ahnung. Am Ende des Rennens hinter mir ist das Wichtigste. Du liegst auf Platz 9. Oh, sorry, Michael. Michael! Ist der Größte im Motorsport. Das ist nicht passiert. Diese Cubs, die einen komplett wegdrehen, das ist so random. Ich habe halt null Runden-Practice. Deswegen weiß ich halt nicht, welcher Cubs das tut und welcher nicht. Sonst würde ich einfach hier außen überholen. Und natürlich, Kubica kann voll drüberfahren, ohne sich zu drehen. Hamilton liegt auf Platz 1. Hammertime liegt auf Platz 1, okay. Ich verstehe auch nicht, warum ich das Spiel verwandt machen will. Das sind wirklich Bump-Drafts, einfach nur, ne? Ich verstehe auch nicht, warum ich das Spiel verwandt machen will. Jetzt hast du ihn. Häng dich an sein Heck und überhol ihn auf der Geraden. Ach so, das ist der Plan. Nö. Alter! Was hat er denn da gemacht? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Vettel irgendwann zu Ferrari wechselt und das da häufiger macht. Aber... Keine Ahnung. Ich bin ja kein Experte. Wie die Zukunft aussieht nach 2010, weiß ich ja nicht. Naja, da habe ich halt Vettel jetzt nicht getötet. Da hat er sich halt, ehrlich gesagt, selbst getötet. Wenn er halt sich komplett raustragen lässt, durchgehend. Schon wieder der arme Vettel. Ja, ich glaube, dass er 2010 bis 2013 schwer haben wird, Weltmeister zu werden. Gut gemacht. Das war die schnellste Rennrunde. Er sah halt aus wie ein Red Bull. Es ist ein Red Bull. Und Red Bull steht auf der Abschussliste, weil wir müssen Weltmeister werden. Wer will Timo Glock nicht als Weltmeister haben? Da muss sogar jeder Vettel-Fan einknicken und sagen, stimmt. Nur die Master-Fans, die immer noch denken, dass Glock absichtlich Hamilton vorbeigelassen hat, die denken sich, nö, ich will Glock nicht als Weltmeister. Gib alles, den schnappst du dir. Irgendwie vermisst man sowas bei neuen Spielen. Was genau? Gelbe Flagge, was ist passiert? So was? Aber er weiß klug genug, sich nicht auf mich da einzulassen. Seht ihr? Den habe ich nicht weggedreht, weil der ist nicht durchgezogen. Alter, das ist tatsächlich Hamilton gewesen. Wenn er einen Fehler gemacht hat. Räuber drei Sekunden schneller, ich bin fünf Sekunden schneller. Ach, nicht so viele Fehler, Luis. Du musst zweiter werden, damit wir näher an Räuber kommen. Zeig einfach mal den... Der hat den Flügel schaden, du Dollykopf. Sehr schöner Angriff, klasse gemacht. Und trotzdem ist er schneller als Räuber gerade. Und er geht an die Box. Easy win. Easy is a win for us. Jetzt schon. Ich bin einfach mal... Okay, das ist perfekt gewesen. Ich war sechs Sekunden schneller als Weber. Okay. Weber ausbremsen. Okay. All right, Timo. Do you know what Luis has done to Nico Abu Dhabi 2016? No. 2016? Hm. Ging komisch. Okay, Timo. Du musst jetzt exakt dasselbe tun, was Luis 2016 gegen Nico Rosberg gemacht hat. Drems Weber aus. Spinala? Okay. Laut unseren Daten ist der Motor im optimalen Temperaturbereich. Du hast also volle Leistung. Und ich wird der Motor mal kühler, genau. Nicht auf den Autospin-Curb kommen, Weber. Das ist gefährlich. Sei nicht zu aggressiv beim Überholen, sonst wirst du noch bestraft und verlierst Plätze. Wasberg einfach 1,6 Sekunden an Weber rangekommen. Nein. Das, das didn't happen. Ich bin viel zu viel mit Weber beschäftigt. Ach komm, wir machen es einfach so. Wir gewinnen die WM auch so, komm. Easy. Ich will ja hier richtig Rennen fahren. Ja, Karma. Ich hätte das Rennen wahrscheinlich sowieso auch gewonnen, aber... Dein Motor scheint etwas heiß zu werden. Schalte früher hoch. Reiz die Drehzahlen nicht voll aus. Selbst mit dem Crash eben hätte ich das Ding auch gewonnen wahrscheinlich, aber... Ich hätte wahrscheinlich noch... Ich werde wahrscheinlich noch 10 Sekunden rausfahren jetzt. Oh, der flirbt noch her. Jetzt will ich den 5-Fürt, der ist. Oh, der flirbt noch her. 3,3 Sekunden schneller als Weber. Jetzt macht ein Hamilton, wo steckt der? Der hat einen frühen Schaden gehabt. Der muss den reparieren. Langsam könnte der wieder rangekommen sein, klar. Ich finde es auch geil, dass sie während des Rennens auch schon Feuerwerk machen. Ach, Mann. Was ist denn das? Warum? Warum passiert das? Ich würde es halt echt interessieren, warum man an einigen Stellen so krasse drehende Curbs hat. Ich hätte auch gerade rückwärts fahren können, da wäre der Weber eben nicht durchgekommen. Okay, Boxing Stop, I'm ended. Okay, Boxing Stop, I'm ended. Diese Runde, die Crew wird bereit sein. Okay. Nice. Und E-Maincher, vielen Dank für den Prime Stop in den dritten Monat für die Fans. Ehre. Fantastisch, einfach fantastisch. Was für ein Sieg. 4,2 Sekunden vor Weber. Easy. 17 Punkte hinter Weber. Und zwei Punkte nur noch hinter Mercedes in der KWM. Hui. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, an die Leute auf YouTube. Das gerne auch noch um, da. Abo. Beim nächsten wieder einschalten. Und bis demnächst. Dann geht es weiter mit, ich glaube, Japan mittlerweile. Ciao.